hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video von uns aus der kategorie so sollte es eigentlich nicht laufen ich habe noch nie in meinem leben den adac gebraucht und jetzt stehen wir in tschechien wir sollen zurückgerufen werden von 25 verschiedenen menschen und keiner ruft uns zurück keiner hilft uns die laune geht voll den bach runter so nach sechs stunden der erlösende anruf dass wir jetzt nur noch 45 minuten wir warten müssen wir sind jetzt mittlerweile seit vier tagen unterwegs im tschechien urlaub und da sind uns so ein paar kuriose dinge passiert mit dem man eigentlich nicht so gerechnet hat wobei der erste tag noch ganz okay war wir sind am samstag losgefahren und sabrina hat zwischendurch noch mal auf ihrem handy auf der homepage von unserem ziel campingplatz bisschen gegoogelt und findet auf einmal die mitteilung wir haben geschlossen kommen sie bitte erst am sonntag so wie schön wir sind auf dem weg zu euch und ihr macht einfach mal zu am ende haben wir erfahren dass sie einfach voll gewesen sind und keine leute mehr aufnehmen konnten aber da mussten wir uns dann ein bisschen umentscheiden und haben einen campingplatz rausgesucht der auf dem weg liegt bei dresden in pirna und da zeigen wir euch erstmal ein paar bilder weil das war echt schön und danach kommen wir dann zu unserem kleinen chaotischen zu unserer tschechien anreisen sag mal hallo hallo Auch wenn wir gezwungenermaßen auf diesem Campingplatz gewesen sind, den Waldcamping Pirna hat einen eigenen See direkt auf dem Grundstück mit viel Sandstrand, der geht lange flach rein. Ein richtig toller Spielplatz ist dort gewesen. Es war ruhig, es war sauber und auch nicht allzu teuer. Also das ist ein absoluter Tipp von uns, wo man auch mal für längere Zeit hinfahren kann, wenn man nicht so wie wir einfach nur auf der Durchreise ist. Aber hier kann man wirklich richtig schön Camping machen. Und am nächsten Morgen ging es dann endlich weiter in unseren verdienten Tschechien Urlaub. Musik 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 Und was passieren kann, wenn die Neugierde einfach zu groß ist und man von der Landstraße runterfährt, das seht ihr hier, denn wir sind mit unseren fast 14 Meter Länge und 2,50 Meter Breite auf dem Elbe Radweg gelandet und das war ziemlich eng. Musik Wir kommen dem Berg nicht hoch. Es geht nämlich da längs. Und das klappt nicht. Aber dank des Movers konnten wir die viel zu steile und viel zu enge Straße wieder zurück. Und konnten unseren Weg Richtung Tschechien fortsetzen. Wir hatten nur noch ein ganz kleines Stück Elbe Radweg vor uns. Und dann sind wir doch wieder auf der Landstraße. Und dann sind wir auf der Landstraße gelandet und aufgeblieben. Und aus diesen kleinen Örtchen haben wir uns dann auch gleich noch ein Souvenir mitgenommen. Denn direkt hinter der Kirche, leider haben wir das nicht auf Video, da steht ein Blitzer. Und wenn man ein bisschen zu viel links und rechts guckt, dann bekommt man sogar noch, wenn man nach Hause kommt, ein kleines Schreiben, keine Postkarte, aber immerhin einen netten Gruß mit einer 20 Euro für Warnung, weil man nicht auf die Schilder geachtet hat. Willkommen in Tschechien! Tschechien! Und ab jetzt kann man nichts mehr lesen. Ein perfekter Start in unser Landstraße. In unserem Tschechien Urlaub. Jetzt stehen wir hier an einer Autobahntankstelle und haben einen gerissenen Keilriemen. Wunderbar! ADAC ist schon angerufen. Die sind total überlastet. Schicken irgendeinen tschechischen anderen Automobilclub hierher und die gucken sich das an. Und ja, Keilriemen haben die sowieso nie dabei, also weiß ich nicht, was er machen will. Wir gucken mal, wie es jetzt weitergeht. Wir hätten nur noch 40 Kilometer bis zu unserem Tschechien. Und das haben wir. Und das hat ja jetzt schon gesagt. Ich würde mich sagen, ob es jetzt lange dauert. Aber wir waren sehr viele Leute, dass ihr hier in den Tschechien schrieben können? So, sagen Sie, dass etwas Fertig ist. Oder wir haben gerade die Tür. So, dass wir das ganze Zeit haben. So, woher geht es. Firma? Papa Papa Mama Mama Ja, mittlerweile stehen wir hier seit dreieinhalb Stunden. Ich habe viermal telefoniert, keiner hilft uns weiter und das als ADAC Plus Mitglied mit Goldkarte. Ich habe noch nie in meinem Leben den ADAC gebraucht und jetzt stehen wir in Tschechien an der Autobahn an einer Tankstelle, wo wir noch nicht mal richtig parken können. Die Kinder bleiben im Wohnwagen, weil hier beidseitig neben dem Wohnwagen schnell gefahren wird. Wir können die hier nicht laufen lassen, gar nichts. Dazu kommt, dass da vorne sogar Stromkabel aus dem Boden rausgucken. Einmal nicht aufgepasst, dann fasst ein Kind daran. Es geht gar nicht. Ja, dreieinhalb Stunden jetzt und wir sollen zurückgerufen werden von 25 verschiedenen Menschen und keiner ruft uns zurück. Keiner hilft uns und wir wissen nicht, was wir jetzt machen sollen. Ich bin mal echt gespannt. Die Laune geht voll den Bach runter und jetzt ist es mittlerweile glaube ich schon halb sechs, fast sechs Uhr, Viertel vor sechs am Abend. Und ja, wir hätten ja zumindest ganz gerne mal irgendwie ein Hotel oder irgendwas gehabt, aber es kommt ja noch nicht mal jemand, der sich unser Auto anguckt. Ja, man ist ganz schön gereizt, wie man vielleicht auch so ein bisschen an mir merkt. Ja, ich warte jetzt vielleicht höchstens noch eine halbe Stunde und dann werde ich hier irgendwas anderes unternehmen müssen. Ja, geht ja nicht anders, ne? Ja, mal gucken, wie es weitergeht. Zeitvertreib der anderen Art. Lebi, Lebi. Lebi, mach das hier. Ja, mach da. Ich länge, ich länge. nach rund viereinhalb stunden sind wir dann doch mal von der autobahn weggegangen sonst wären wir da wirklich noch blöd im kopf geworden und haben uns wenigstens für kurze zeit ein bisschen was idyllisches gesucht um einfach mal so nach sechs stunden die wir hier an der autobahn warten durften der erlösende anruf dass wir jetzt nur noch 45 minuten wir warten müssen und dann kommt wohl ein großer truck und der kann uns nicht nur mit auto sondern auch mit caravan und sogar mit allen kindern mitnehmen wir sind gespannt ob das so klappt da gab es dann zum schluss doch noch ein beim adhc dem das sehr leid getan hat dass wir schon fünf bis sechs stunden ohne irgendeine nachricht warten mussten mit ich glaube 20 versuchen dort anzurufen und wir gucken mal ob uns da jetzt geholfen wird wir sind ein bisschen kaputt wir sind müde es ist scheiße heiß hier im wohnwagen wir können nicht richtig raus gehen weil da überall die autos lang zwischen es wird zeit dass die kinder noch so ruhig sind ist auch ein wunder und dass ich noch nicht exkludiert bin sowieso und dass der zwerg noch lächeln kann ist auch schön wir gucken mal wie es weitergeht so nach sieben stunden wartezeit es wird ihnen geholfen mit viel telefonieren adhc hat sich dann doch noch wahnsinnig bemüht muss man ja echt mal sagen aber anfangs haben wir uns echt vergessen und jetzt kommen wir wohl alle komplett hier weg und es wurde sogar mit dem campingplatz telefoniert und wir können da auch noch später eintrudeln alles ist wunderbar zumindest sieht es im moment danach aus und für die jungs gibt es noch ein abenteuer extra endlich zum campingplatz fast 22 uhr ja und weil es ihm nicht möglich war unseren wohnwagen an strom anzuschließen während er ihn zieht haben wir einfach unsere rundum leuchte hinten in die griffe rein geklemmt und sind wenigstens ein bisschen sicher gewesen ich verlinke euch die mal unten in der video beschreibung eigentlich habe ich mir eine etwas unauffälligere anfahrt gewünscht aber nach achteinhalb stunden waren wir dann einfach nur froh am campingplatz angekommen zu sein so endlich auf dem richtigen stellpunkt endlich das vorzelt aufgebaut ja 22 stunden ist es jetzt her dass unser keilen gewissen ist und seitdem haben wir fünf sechs stunden geschlafen in einem schief stehenden wohnwagen und mussten heute morgen uns noch hier wieder umziehen lassen weil wir ja kein zugfahrzeug haben aber hier sind echt viele hilfsbereite menschen gewesen ja und jetzt sind wir gerade fertig geworden mit dem vorzelt wir haben die seitenteile noch nicht alle gemacht aber brauchen wir auch nicht ist viel zu warm jetzt haben wir mega hunger werden gleich was essen gehen und dann wollen wir hoffentlich bald in unseren urlaub starten nur anmelden müssen wir uns auch noch das sind wir immer noch nicht hier aber jetzt wird es hoffentlich langsam endlich das erste richtige essen zumindest bestellt wir warten noch schnitzel hunger und wer jetzt wissen wir wie unser urlaub weitergegangen ist der klickt unten auf abonnieren auf die glocke und gibt uns am besten auch für das video einen daumen nach oben und dann sehen wir uns schon bald wieder denn die nächsten videos die kommen jetzt schon in der nächsten video und dann sehen wir uns schon in den nächsten tagen und dann sehen wir mittlerweile die haare immer so ein das ist witzig vor allem weil ich schon auf hallo und herzlich willkommen hallo hast du angemacht ja ist an hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video und ungewöhnlichen würde ich sagen zu einem etwas hallo und herzlich willkommen hallo und herzlich willkommen ja das ist hast du weg geflogen hallo das ist nur eine fliege die tut nichts hallo willst du mal hallo sagen steh mal auf steh mal auf dann kannst du Levi sehen das sind die Kinder hallo und herzlich willkommen hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video hallo und herzlich willkommen okay auf geht's hallo Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video aus der Kategorie Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video Hallo Ich habe noch gar nicht hochgeguckt, du kannst noch nicht so Hallo sagen Okay Oh my